Outbreak 2030 So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wo müssen wir hin So wie das aussieht, kommen wir da drüben nicht durch Also müssen wir gerade Oh, jetzt kriege ich Gegenwehr Ich hab's denn, hab ich Wohl Erwicht? Jawohl, sauber erwischt. AK-47, nö. Oh! 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 Das war's für heute. So, die Energie geht nach oben, vielen Dank. So, weiter geht's. Jetzt geht's. Zauberer Rüst. Jawohl! Zauberer Rüst. 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 Das ist doch bestimmt eine Ajuda, oder? Freude. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich habe ihn voll erwischt. Ich glaube, ich habe ihn voll erwischt. Ich habe ihn voll erwischt. Haben wir? Oh, Brücke. Okay. Sauber. Scheiße auf die Kerle. Gut. Immer Stück für Stück vorwärts. Man weiß ja nie, ob da noch einer gibt. Oh, geil. Richtig nice. Richtig, richtig nice, Jungs. Richtig nice. Gefällt mir. Wieder ein Stückchen weiter. Das ist echt lustig. Das Spiel gefällt mir. Okay. Ein bisschen Mutti wäre nicht schlecht. Oh, das ist so lange kein Kübkommen. Schön gerade auslaufen. Das geht so ab. Wohin? Ach, da rüber. Das nützt mir jetzt natürlich wieder mal gar nichts. Ne? Ein bisschen langsamer machen, dass die alle hinterher kommen. Haha. So, come on Mädler. Keine Zombies, keine Gegenwehr von irgendwelchen Soldaten. Also... Das ist ein bisschen seltsam, ne? Das ist wieder bloß Medipack. Das ist wieder bloß Medipack. Das ist gar nichts, ne? Das ist natürlich kacke. So. Was geht hier ab? Oh. Oh. Nehm ich mit. Oh. Da nützt mir so. Gut. Wohin? Da hin? Oh Gott. Keine Gegenwehr, gar nichts. Also... Das klingt mir echt ein bisschen komisch vor. Was ist denn der? Keycard? Aha. Okay. Keine Zombies, keine Soldaten. Also irgendwas ist hier faul. Also sorry. Ah, Zombies. Ja, packst du denn jetzt noch oder... Da. Das war das? Da ist das ein bisschen. Ich kann dir das ein bisschen nachrecht. Das war das Wettbewerfen. Von Zug in dich nicht nutzen. Dann hast du doch ein bisschen. Die Zug in sich. Nur dem. , was ist das? Ja, ich kann dir das. Ich so richtig. Ich bin... Ich bin... Halt. Ich weiß nicht, dass ich das faktische. Ich weiß nicht, dass ich das für einen Moni-Mit. Komm schon, Vendler! und die nächste Hamelherde und die Schlampe, wo kommt die her? Gleich wieder Muni mitnehme! Wo muss ich denn da auf die Tiefe tanken? Fuck! Fuck! Da vorne gibt's Muni! Okay! 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 Zauber erwischt. Zauber erwischt. Come on! Oh, viel Glück. Weiter geht's. 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 Dieser Scheiß-Ticke, du. Weiter geht's. 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 Jungs, ich brauche Muni. Sauber. Letzte 35. Schuss mit der Muni. Oh Scheiße. Das prevents. No. Große. Wäh. Wir Dawen. Esat Euro. Ja. Wir leraten. Oh, Alter, ey. So, das soll also die Safe-Zone sein. Da wäre ich mir noch nie so sicher. Sauber! Yo! Oh, Entfangskomitee. Den Enehammer. Yo! So Jungs, ich glaube hier machen wir aber erst einmal einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht bei Outbreak 2030, bleibt dran, ich zähle auf euch. Ansonsten bedanke ich mich nochmals fürs Zuschauen und sage Tschau mit V und bis zum nächsten Mal.